für eine um eine Verlust wird sich mit kommen also was muss ich machen talk to the Lazy Miner das ist auch das hier drinnen Rusty da hat er oder der Lazy Miner hallo moin mutterlos nur gut wie geht sie kennen in Prozent Mainz der zwei hohe es kommt der Perth mit der Banker das Probe mit Donner dem 1 zum Werken vorhanden Pfeil mit ihm Prozent okay ich muss es 8 also gibt sie der Goldmina auch Eisen trotzdem wird auch nur seine Schuhe verdammte PX ich habe kein Dutz wo die ist ich könnte auch einfach Chatfragen Wer's the Lazy is in meiner Pig-Ex? Okay. Cool, jetzt bin ich Spelanka 2. Ich versuche es erstmal auf eigene Faust zu finden. Am Ende ist sie ganz unten. Ah. Ich würde mal sagen, das ist sie. Hey, find the Lazy Miner Pig-Ex. Collect Iron and Gold Ingots. Was, Collect Iron and Gold Ingots? Okay. Die ist aber schon enchantet. Ach. Talk to Rusty, the Genitor. Okay. Achievement Treasury 1. Ach, die ist aber cool, dass du da direkt die Ingots rauskriegst, dass du sie nicht erst einschmelzen musst. Ist natürlich schon nice. Aber jetzt muss ich erstmal wieder überraushüpfen. Boah, ist das nervig. Für sowas ist das der Auto-Jump vielleicht gar nicht schlecht. Ah. Halleluja. Oh. XP. Oh, wir sind wieder oben. Talk to Rusty, the Genitor. Ja, hier, ja, Mann. Moin Rusty. Hey, I'm the Genitor of this mine. You will not believe how many people leave Ingots and Stones behind them. It drives me insane. Everyone should be using Telekinesis on their tools. If you want, I can apply Telekinesis on any of your items for 100 coins. Oh, jetzt habe ich das. Klar, kommt deep her. Hier. Boots. Add Telekinesis. Block and Mob drops go directly into your inventory. Okay. Reach mining level. Na dann. Access to deep cavern. Travel to the deep cavern. Da gehe ich jetzt nochmal hoch und gucke mal, ob es zu den deep cavern auch einfach weiter gerade ausgeht. Wahrscheinlich nicht, weil deep cavern bedeutet ja tief, also denke ich mal, dass die doch weiter unten sind, aber so wie es aussieht, sind die deep cavern hier. Tatsache. Ach, du Heiliger. New sound. Deep cavern. Und es lädt. Okay. Talk to the lift operator. Boah, das ist zu viel für mich. Options. Boah. Ey, alles runter. Fertig. Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal in meine... Ne, nicht Chat, sondern Grafikeinstellungen. Statt. Wolken. Erstmal aus. Danke. Ähm, Grafikmodus. Schnell. So. Müsst jetzt besser klappen, ja man. Verdammt, warum gibt's denn hier Creeper? So ein Mist. Lift operator. Zack. Hey, fella, I control this lift here behind me. Once you've explored an area, I can give you a safe ride. Was? I can give you a safe ride back there. Ähm, be careful not to fall down the shaft. Good luck on your adventures. Achso, aber jetzt bringt mir das noch nix. Aber ich kann... Ich könnte hier runterfallen, okay. Aber ich muss halt selber erstmal runtergehen. Und die Sachen entdecken. Und ich hab nicht mal ein Schwert, um mich gegen Creeper zu verteidigen. Das wird natürlich... Reach the Lapis Query. Äh, Query. Das muss ich jetzt so weit runter, dass ich auf Lapis stoße. Ey, hab ich geschafft. Der Lapis Zombies. Achso. Das ist ein Lapis Zombies. Okay. Reach Pigments then. Okay. Okay. da hat er noch einen Schwert der würde schon regeln ähm gibt es bei lapis bruch sowas ach so siehst du lapis wird hier nicht einzeln sondern als Staubform abgegeben okay ach du kacke ach du heilige so ein Mist ah ja ist der Lift Operator okay aber ich muss noch weiter runter bis zu Pigment Stand ach das sieht aus wie Pigment Stand okay äh ach du heilige 250 Läden aber die Pigments greifen doch nicht einfach so an oder nur wenn du nen Pigment angreifst greif nen Pigment dich an aber ich habe langsam keinen Platz mehr um irgendwas mitzunehmen das ist meine Aufgabe aber ich habe ja schon das ist meine Aufgabe aber ich habe ja schon diese Pigment machen nicht so fertig wow ich habe doch Redstone das gibt es hier eigentlich sowas wie ein Shop Crafting Table Crafting Table Crafting Table? ach ich habe ein mobiles Craft okay das ist gut Ender Chest Upcoming Event Quest Log Trades ich habe ja ich habe ja ach die werden automatisch ach so die Skills die kommen automatisch was ist das ReWorks Belanger 5 dann existiert die 300 Coins okay hab ich ähm aber ich hab doch schon ach nee ich muss erstmal nach Hause und boah Hilfe das ist mir langfällig zu viel äh ich hab gar keine Ahnung was ich jetzt machen soll als erstes platziere ich mal alle vier Work Benches einfach nur damit ich nen Platz mehr hab dann Uff Dalla Uff Dalla Bruce Wood Oak ähm habe ich noch irgendwo Oak Oak Wood auch super Collect All is so zack das soll doch erstmal reichen ne das soll doch erstmal reichen das soll doch erstmal reichen das soll doch erstmal reichen aber das soll doch eigentlich schon auf der Insel hier sein wie viel Platz hab ich mir hier zu wenig anschein Level Up! You are now Hypixel Level 2! Claim your reward! in den Lobby das ist mir so egal mein Freund kommen jetzt äh da und da noch einer hin so wo ja eigentlich einer gereicht hätte aber ich gar nicht was 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 na komm bauen wir dich wieder ab und setzen dich dafür hier hin mit dich einfach nur damit ich irgendwo irgendwo rum springen muss da hin so zack Puh Spruce Wood Spruce Wood äh Cobblestone Stone Iron erstmal alles was jetzt nicht gebraucht wird hier rein so und Stone brauche ich natürlich auch nicht wenn ich hier zweimal Eisen so dann brauche ich wahrscheinlich die hier und mein Eisen brauche ich mir jetzt eh eine Workbench davon hier her und stell die dazwischen mein Storage ist voll dann dankeschön zack dann kommt jetzt die hier hin und diese Iron Ingots überall daneben zack dann kommt jetzt die hier hin dann kommt das restliche Eisen hier rein hier kommt raus und dann kommt das Gold mit hier rein Puh ist das ist das heftig ähm ne so 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 Gibt's auch ne Dirt Minion ich bin mir nicht sicher das wäre aber cool weil irgendwo muss ich wieder Dreck herbekommen oder ich baue halt dann alles aus Cobblestone aber ach Gott so dann kommt das Gold hier rein ähm ich nehm mal das ganze Cobblestone was ich hier hab und geh mal zu dem da vor weil Tier 2 ähm ähm nächst hier 20 das sind oh 60 120 ne jetzt warte wenn's vor uns 80 waren und jetzt einfach die Zahl erhöht wurde das sind 160 oh und wie viel hab ich ich hab also 128 100 2 und 30 142 und 160 brauche ich äh Junge so 132 brauche ich äh ne 160 brauche ich und was 132 hab ich oder 142 142 hab ich das heißt ich brauche noch 8 10 18 ja die holst mir jetzt einfach hier geh ich nicht nochmal in die Mine für jetzt hab ich nicht mitgezählt hm ich vergesse halt immer wie viel das ist ich mach ich mach das mal kurz zeig so so ähm boah ich bin immer so schlecht in sowas so zack 24 dann 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 4,5,5,6,7,8,9 3 3 brauche ich noch ok 1,2,3 sind natürlich jetzt alle hier drauf gelandet so zack aber wenigstens habe ich es jetzt und jetzt kann ich mein Cobblestone meiner Upgraden das ist natürlich das ist natürlich nice ähm Pickup Minion Dankeschön jetzt kommst du hier rein 3 3 du kommst du wieso habe ich jetzt auf einmal drücken 2 also weil erscheinlich weil da noch 9 im Inventar hatte egal zack zack und zack Minion 2 klasse was achievement unlocked you are now unlocked your 6 Minions slot zack bitteschön ach ich kann nur 6 Minions bauen achso so das ist natürlich ne harte Nummer ok Mission Complete in 100 Type in Prototype und du hast jetzt 3 Slots wo du da ist was runtergefallen ok wie viel Platz braucht der 1 2 in jede Richtung also ähm jetzt 2 so 1 1 2 das heißt so ok dann haben wir hier 1 2 hier steht der und dann 1 2 1 2 und da steht er und da tue ich jetzt mal den Essen Larry drauf genau keine Angst das um dich herum wird auch noch alles oder baust du das selber das wäre natürlich nice wir beobachten mal wieder ach er baut selber Eisen das ist natürlich cool das ist cool das heißt ich muss den bloß weit genug hinten platzieren wie viel hast du denn schon 2 bloß? äh äh müsste reichen da habe ich dort jetzt mein Kohleminer was ist denn das überhaupt? und was sieh hat gefärbter Ton oder was? so dann muss ich mir hierfür noch was einfallen lassen ich mach das jetzt einfach professionell erstmal so du bist auf der Linie hier äh 1 2 hier steht der 1 2 so obwohl das eigentlich auch sinnlos war 1 2 und dann ist hier jetzt der das Location isn't perfect wieso? du hast 1 2 darüber 1 ach so besser mein Freund egal du du machst das schon leider aber was ist denn dein Problem Junge place this minion and will start generating mining gold war an open area to was an open area to place gold or minion also work when you are offline ok ist nicht nett na dann baue ich das da hinten alles mal weg für dich und das hier auch und ich bin in meine Mine gefallen dann baue ich das hier noch weg ist besser dann baue ich das hier alles weg jetzt oder? gefällt dir besser mein Freund das hab ich mir vorgestellt also musst du den ganzen Müll hier weg haben ey das das braucht doch keine Sau hab ich jetzt hier zwar drei schwebende aber das ist mir egal zack 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 und warum rutsche ich mit meinem Mauspad immer weiter runter ich weiß es nicht um kann ich jetzt nur mal hier reingehen batz 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 Theoretisch könnte ich hier, ja ich mache mir hier halt so das ganze Erzzeug hin. Und da hinten kommt so das ganze landwirtschaftliche Zeug hin. Fangen wir mal an, hier so. Ach verdammt, hm. Ich muss mich jetzt erstmal drauf einigen, wie lang. Ich mache das jetzt, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Hier habe ich eins, zwei, drei, vier, also muss das weiter. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hier habe ich fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt wird erstmal der ganze Weg hier aufgefüllt und ich sollte mir vielleicht ne Eisenschaufel machen und ein Eisenschwert. Ich kann schon ein normales Auge nochmal nehmen. So, das Eisenschwert macht doch hoffentlich, äh, siehst du, das macht wenigstens 30 Schaden. Äh. Boah, ich bin grad voll überfordert. So, und so, zack. Boah, es geht doch schon wieder los hier, Alter. Geh weg. Ich habe jetzt schon einen Kohle-Mainer, ich glaube, ich habe keinen Kohle-Mainer. Ich habe Coppestone, ich habe Eisen, ich habe Gold, dies, der Kohle-Mainer fehlt mir noch. Wie kann ich es denn wagen, den Kohle-Mainer zu vergessen, verzeiht mir. Boah, ich habe so Schiss, dass die Viecher hierher kommen, ey. Das ist eigentlich so dumm, was ich hier mache, ich kann das nur einfach so hier lassen, zack. Ich gebe dir jetzt zu zwei wieder, hallo, zwei, und dann, ach, hallo. Mein Computer ist sowas von für ein Haus, zack, zack, zack. Jetzt habe ich hier einen netten Kohle-Mainer. Und aus dem restlichen Kohle-Zeug gedöhnt, es geht sogar perfekt auf. Was mir jetzt fackeln, und die kommen jetzt wieder. Hier hin. Da kommt eins hin. Hier kommt eine Fackel hin. Hier kommt eine Fackel hin. Genau, wie hier eine Fackel hinkommt. Hier fehlt Dreck. Egal. Kommt hier noch eine Fackel hin. Hier noch eine Fackel. Hier ganz hinten noch eine Fackel. Hier drauf eine Fackel. Da drauf eine Fackel. Oh Gott, dieses Spider, alter Tief. Wieso sind die Viecher so heftig? Ich sollte mir vielleicht wirklich irgendwie mal eine Armor machen. Aber wenn es hier so viel gibt... Ich habe so ein Stück ohne Holz Armor, oder? Nee, gibt's nicht. Okay. Ähm. Ich habe halt nicht genug für eine Rische Armor. Und ich muss sowieso nochmal gucken, wie das ging. Oder so hier irgendwie? Verdammte Axt, wie war das? So hier? Alter, wie hat man denn Zaun gecraftet? Bin ich gerade komplett bekloppt? Ich... Minecraft... Zaun... Alter, ich stehe komplett auf dem Schlauch gerade. Ach, so ging das! Haaach! Okay, ähm, ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, das war irgendwie so hier jetzt. Und dann kamen hier in die Mitte zwei Stöcke oder so. Oder drei Stöcke. Oder gar keine Stöcke. Hä? Ich hab's doch gerade gesehen! Achso. Dann sollte man das vielleicht so hier machen. Und dann so hier. Haha! Ich bin... Ich bin... ...mein Master! Ich habe aber keine Lust, wenn da vorne die Hexe steht. Die killt mich doch instant! Die killt mich doch instant! Ich werde dann wahrscheinlich langsamer anfangen, diese ganzen Objectives hier zu machen. Und ja, bis dahin. Sayonara! Dann geh mal! Dann geh mal! Dann geh mal!